Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together. Auch von mir hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Together. Heute mit einer Bundesliga-Prognose. Genau, heute spielt Stuttgart gegen Mainz, wobei ich Mainz spiele und er spielt Stuttgart. Genau. Ja, machen wir mal auf, ja. Ja, Heimtrikot. Was nehme ich denn? Das Blaue sieht irgendwie komisch aus. Ja, das erkennt man nicht. Ja, das Schwarz ist irgendwie toll. Schwarz gegen Weiß. Das hat nichts Rassistisches zu tun, aber ist ja nun mal so. Ja, also ich habe 10-Verteidiger Rüdiger. Ich habe ZDM Soto. Wie auch immer das ist. Krieg immer noch Verteidiger. Das ist schon so. Da kannst du gerne meine Videos gucken. Ich habe immer Verteidiger. Und jetzt habe ich wieder diesen Standard-Bug, wo RS steht, obwohl es ein Verteidiger ist. RS? Achso, ach das, ja. Also ich spiele im 4-4-2-System mit Traore und Ibizovic vorne. Keine Verletzung, Ulreich ist vielleicht auch noch bekannt. 4-4-2 natürlich wieder das Standard-System. Man kennt es ja schon. Vier Abwehr, vier Mittelfeld, zwei Stürmer. Ja. Und ich spiele halt in 4-2-3-1. Also ich muss mal gucken, wie diese Formation mal liegt. Also weiß ich nicht. Also ich bin ja immer da immer sehr, ähm, sehr offen, was die Formation auf, äh, ja, angeht. Aber, na gut, gucken wir mal, wie es so läuft. Die Auswärtsmensch hat den Anstoß. Sehr interessant. Oh, ja. Müller. Kein Thomas Müller, sondern ein anderer. Ja, ja, auch schön. Ich bin Thomas Müller hier spielen. Oh, dein Gerst, ja. Ja, gut. Was hat der denn jetzt gemacht? Ja. Ähm, was haben wir denn heute für Themen im Angebot? Ja, ganz aktuell, Ter Stegen nach Barcelona. Ja. Frag. Also, ich finde, das ist ja so ein bisschen übertrieben. Ich finde, ähm, der war in der Bundesliga jetzt nicht so überragend, muss ich sagen. Und bei Barcelona, ähm, ja, als Weides-Ersatz oder so. Ne, ich würde... Das muss man auch überlegen. Also, er will ja gar nicht gehen, ne? Er wird ja im Prinzip gegangen. Er wird ja gegangen. Ja, ist ja so. Sagt man ja so, wenn man im Prinzip gefeuert wird, ne? Man ist gegangen. Weil er will ja eigentlich nicht gehen. Ui, Thor. Ach, Thor. Okazaki. Ja. Kein Ding, Fragsch. Ja. Keine Güte. Von Okazaki, ne? Ich weiß den Vornamen nicht, also, das tut mir leid. Es gut. Ja. Das ist doch laufend. Aber was ist jetzt mit Ter Stegen? Er will nicht gehen, aber er muss... Ja, er will eigentlich nicht gehen, aber er muss gehen, weil sein Vertrag nicht verlängert wird. Er möchte gehen verlängern, aber er kriegt keinen verlängern, ne? Und dann nimmt Barcelona sich denn einfach so. Ja, genau. Ich meine, wenn er auf Barcelona B kommt, ist ja immerhin... Naja, ich meine, ja, so. Also... Ist halt ein Verein für ihn, ist das ja halt optimal, ne? Ja, also guck mal, wenn er bei Barcelona spielt, wird er auch wahrscheinlich viel Geld kriegen, ne? Selbst wenn er nur in der Ersatzmannschaft spielt, ne? Das ist... Ja. Das ist doch eigentlich ganz okay. Das kann natürlich auch sein, dass Gladbach nicht verlängert hat, weil er zu viel Geld hat. Oh, schiefst du. Ja. Ja, na, das kann auch fahren. Ja, und das ist... das ist halt immer so ne Sache. Die Nationalmannschaft war er ja auch nicht jetzt gerade so oft, äh, zur Zeit zu sehen. So, ja. Erstmal schön durch. Gut. Uh, hat er geil. Was ist denn bei mir im Tor? Ich weiß es gar nicht. Ich habe zu viel noch so lange Ecke gezielt, aber man sieht, wie präzise dieser Schütze schießen kann. Ja. Ganz knapp. Muss man sagen, also... Ganz knapp. Da kriegst du ne Ecke, oh Gott, Ecken. Boah. Der war gut. Ja. Aber ist vorbei, ne? Ja. Wen habe ich denn im Tor? Ich habe, äh, Karius. Den kenn ich noch einmal. Ich kenne die Torhüter nicht. Schlimm, ne? Ja. Ich testen kenne ich. Ja, aber der spielt ja leider nicht hier. Ja, der Startpunkt ist dann alles schwer. Aber ich denke, bei Barcelona wird er es schwer haben, sag ich mal. Ja, klar. Weil, ähm... Sie hat diese eine Saison, wo Neuer verletzt war, kurzzeitig da und dann mal die Chance hatte. Da war er richtig gut, auch nationalmannschaft-mäßig. Dann habe ich irgendwie ein bisschen eingebrochen. Ich weiß nicht, ob sein Gladbach an sich lag, aber... Oder man sagt mal so, ich habe nicht mehr so viel von ihm gehört. Ja. Bestimmt. Man war einfach nicht mehr so in den Medien, weil er hat ja trotzdem weit gespielt für Gladbach. Und Gladbach steht ja ziemlich weit. Kann man ja nicht leugnen. Und, äh, ich meine jetzt so, äh, bei Valdez, ähm, der ist ja eine harte Konkurrenz in Barcelona. Also, das ist schon, äh, krass, was der da eine Konkurrenz hat. Ja. Ja. Das war wohl nicht ganz so präzise, muss man sagen. Ja, ich schieße mal. Ja, ich schieße mal. Wie viel hat der hier im FIFA? Das wird sich nicht lügen, aber 84, 85? Ja, ne? Keine Ahnung. Ja. Ja, das war ein Tor, ne? Ja, Lupfen, also 13, ne? Garnt von 14 gut gekocht. Also, ich mit Tastatur, ich was gar nicht, wie Lupfen geht, ne? Ist irgendwie so kompliziert, ne? Ja, wie ich leichte Portia-Controller habe. Ansonsten sollte es eigentlich ein Duel noch Auto sein, ne? Alles mit dem Luftfalle, das ist mir immer so aufgefallen, der Torwart irgendwie, der steht dann einfach nur da und guckt nur so zu. Ja, oder er kriegt den noch, sonst entweder er steht nur da und er kriegt den noch. Ja, entweder oder. Der war aber auch optimistisch. Ja, ich versuche immer solche Weitschüsse, ich mache auch abseilen. Das war absolut cool. Da kam es uns dabei zurück, da war ein perfekter Abflug, also hinter stand mein Spieler, aber Allertor hat man zu kurz geworfen, aber mit einem Schuss dahin wäre auch nicht so einfach gewesen. Ja, das ist... Also Schussabschluss, präzise Zielen, das ist schon echt schwer, vor allem auf die Strasse. Ja, die hat Rüdiger am Ball, so heißt mein Trainer am Tischtennis, aber mit Vornamen. Rüdiger. Ich erinnere mich jemanden Eisend. Oh. Achso, ich dachte, der hätte einen Furchtentflüssen, Namen so wie Heiko Rüdiger. Ja. Ja, ja, 3, weiß nicht, ob es es kennt, aber sehr gut. Ein Schuss von Schupomo-Thing, aber... Ja, gut, ja, guck mal mal, um die Ecke an, aber mit Mainz eine Ecke, ähm, kann ich auch nicht so gut. Ja, der müsste... Ne, anscheinend. Ja, ist halt nicht was, oder? Ja, oder? Ja, ist auch kein Ibrahimovic, der hier spielt, mit dem mich einfach mal so draufschießt. Neymar oder so, ne, ne, ne. Ja, mit Neymar kann ich nicht schießen, also ich hab vorhin mit Barcelona in Saisons gespielt, aber... Ne, aber mit Messi, da kann ich das jetzt plötzlich irgendwie. Ja, guck mal, das ist mir das jetzt schon ein bisschen... Der kann gut tricksen, also das ist, äh... Mein Innenverteidigungsfeld, die steht ziemlich offen immer. Ja? Ja, die ist sehr offen bei den Innenverteidigungen und klärt sehr schlecht die Bälle. Oh, nein, ah, der war klappt. Von OK sagt die schon wieder. Die kommen gar nicht nach vorne raus, also die Bälle aus der Innenverteidigung, die sind schon bei dir. Ja. Ja, was noch ganz aktuell ist, ist ja, äh, Sidney Sam nach Schalke. Ja. Ist ja, er ist heute rausgekommen, so gesehen. Aber ich weiß nicht, ob das, äh, ich glaub, das ist erst ab Sommer, aber ich weiß es nicht, weil Sport1 hatte das geschrieben und da hatte ich irgendwie gelesen, ändert mal, dass es... Irgendwie, äh, ändert mal, dass er das sagt, dass man... Also wann das ist und da meinten die, äh, das wurde dann auf Juli geändert, aber ich weiß es nicht so genau. In Juli ist es, glaub ich, Saison schon am Ende, ne? Und... Ja, soll das sein, und... Und, äh, deswegen denke ich, dass er erst im Sommer da hingehen wird, aber ansonsten ist es auch eine solche Verstärkung. Abseits. Na, schade. Na, ich hab mich dreimal selbst angeschossen und war auch sehr unsichren. Ja, gut, im Sommer, das ist dann ungefähr so wie Lewandowski, ne? Ja. Was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich meine, das stand Anfang der Saison schon fest, dass er gehen wird, so oder so. Ja. Und hätten sie ihn jetzt gehen lassen, okay, dann hätten sie ihn in der Rückrunde nicht gehabt, aber sie hätten einige Millionen einfach mal gekriegt, muss man jetzt mal so sagen. Ja, und jetzt geht da sozusagen ablösefrei. In der Sicht, die Deutsche Pläne in der Pause hätten holen können, ne? Also die hätten ja jetzt nicht dafür noch einen anderen Spieler holen können. Ablösefrei gehen lassen ist immer... Ja, ist immer so... Verlustgeschäft, sag ich mal. Uh, das war ein Eckball. Wart man sicher. Ja, ich sag mal, wenn innen verteidigen, die steht echt nicht auf Höhe, dann müsste ich eigentlich mal einen Wechsel verziehen. Also das gefällt mir gar nicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt mit Mainz so plötzlich einen Eckball reinkriege. Ja, mein Spieler steht da vor dir sogar. Ich köpfe, aber einfach mal, du hoffst, wenn du springst. Ja, ne? Das war ein Witz, also du warst mal locker und kochst groß. Das finde ich immer mit Ibrahimović, wenn der einen Kopfball macht, weil der ist ja auch so groß. Ja, ich ist voll. Was ja auch noch ziemlich aktuell ist, ne? Also bei der FIFA gab es jetzt wieder mal diesen ganz schlauen Präsidenten, muss man ja sagen. Nach der Wahl von Katar, die ja super sein sollte, wie man das schafft, ist er jetzt dann ja rausgekommen, dass es ja ziemlich warm in Katar ist im Sommer, also 40 Grad. Und dadurch haben die jetzt wirklich beschlossen, das im Winter zu machen. Das heißt, wir kriegen ne WM zwischen November und November. Ah ja, das hab ich auch vorhin gelesen bei Sport1. Ich dachte mir so, oh Gott, ne WM im Winter, was soll das denn, ey? Ja, und dann, wenn man bedenkt, die Leute, die Public Viewing gucken möchten, die stehen dann da zwischen Schnee und Eis. Okay, dieses Jahr, wenn man dieses Jahr bedenkt, wäre das ja eigentlich okay, das ist ja nicht so kalt dieses Jahr, aber ansonsten ist es ein bisschen doof. Ah, wieder selbst angeschossen, na, das ist ne super Mannschaft, da sind nix für Stuttgart-Fans, aber komm ich nicht drauf klar. Ja? Ja, gucken wir mal. Ganz klar. Ich geh doch nicht mal zum Kopfball, das ist ja auch schon. Oh. Aber jetzt... Ich mein ja, 2007 ist Stuttgart noch, ähm, Meister geworden, ne? Hab ich so voll noch gelesen. Ja. Ja, ja. Oh, 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 das war wirklich auch wieder ein Tor, ne? Ähm... Nicht schlecht, also, na ja, was zum Glück denn, ich hab dir richtig knallengel. Ja, also, erst an die Latte und dann ist er doch noch rein, das ist dann doch gut, ne? Und dann ist es auch schon, ja, der Abpfiff. Ja, der erste Halbzeit abgeschlossen, ne, und total ausgeglichen. Ein 2-2, sobald ich will, ist ein spannendes Spiel, kann ich sagen. Aber ich hab mehr Ballbesitz, ne? Ja, aber nicht viel. Aber Fist noch, du hast leider auch den Team-Magnet rein, nehmen, gucken, was ich hier innen verteidigungsmäßig hab. Und ich gucke mal, was ich hier so noch im Mittelfeld hab. Anscheinend nix Gutes. Also mein Torwart hat 80, und dafür hat mein Einer Stürmer 69. Oh Gott, mein Torwart hat 64, oh Gott. Ich wechsle den mal aus, der hier hat 73, der auf der Bank steht. Das könnte wohl der Grund sein, warum ich mich jetzt gewundert hab, warum der beim ersten Tor jetzt so ein bisschen, ja. Ja, ich hab aber auch ne richtige Granate auf der Bank sitzen, die müsstest du sogar kennen. Abdelauer. Oh, oh, ja, der ist schon. Ja, 78 sitzt bei mir von Banken. Ähm, natürlich nicht so schön. So, jetzt machen wir mal den Rüdiger raus, gegen den Niedermeier, und dann bin ich auch schon fertig. Oh Gott. Das ist Doppelauswechsel und zwei. Ich hatte 69er drin, ey. Jetzt wechsle ich mal hier alles aus, ne? Hatte ich auch, als Stürmer sogar. Ja, hast noch null Sekunden. Ja, also ich hab jetzt hier drei Auswechselungen gemacht, weil, ähm, guck dir das einfach an, äh, der Torwart war ein 64er. Äh, deswegen war das bei der Ecke auch so ein bisschen, ich dachte, er ist, er kriegt den Ball, aber hat er dann auch nicht. Ja, der Torwart auswechseln, wie, um, als letztes und als erstes, und als zweifel, als zweifel, als zweifel, als zweifel, ganz so dem. Oh. Sag Kai, was hat denn, Hanik? Ja, das muss man auch noch mal reinbringen, irgendwie so, äh, ja, war jetzt auch was, was wie, wenn man die auswechselt, gibt's ja schon, dass die dann irgendwie sich so, ähm, übergangen fühlen, dass sie nicht spielen dürfen, mal so in der Karriere. Aber, ich sag's nur so, dass die dann richtig sauber sind, so mal rein, mal richtig drauf. Oh, da ist er nicht dran gekommen. Oh, was war das denn? Der hat uns da hinten gehört. Ähm, gucken wir uns das nochmal an, was auch immer das war. Ja, Thomas, und das wurde im Moment der Ball kam höchend, und dadurch hat der dann den Kopf vor nach hinten gemacht. Oh, ja, und da wäre er fast noch reingegangen, aber ich hab dir jetzt ne Ecke rausgespielt. War gefährlich. Oh, das war ein guter Kopfball, aber Torwart hat gehalten. Komm, wieder zu kurz, schade, da stand nicht einer komplett vorne frei. Oh, der war sehr schütten, aber auch. War leider abseits. Ja, mit beiden abseits, du. Ja. Gleich sieht aus. Aber du musst mal einen Hattentwicklung machen, ja, da fühl ich nur reinziehen, ja, na, es geht nicht, dass er sich irgendein Führer, da muss ja alles ausprobieren. Nee, Latte treffen, nee, mache ich nicht so gerne. aber... noch zum Aluminium. Ja, Aluminium. Ja, teures Trolls dann von mir aus, ein Stahls-Milion. Ja, genau. Glaubst du eigentlich nicht, was mir gar nicht so einfällt? und zwar hat der Uli Bühne, ist es ein bisschen, äh, ein ganz kleines bisschen, ja. Du hast du auch jetzt den Vereins schon hinterzogen und deswegen sind die unter anderem auch so reich. Das könnte sein, also, ja, wie soll es sich das sonst erklären? Ich denke mal, ähm, Spielern. Ja, durch die Sponsoren glaube ich nicht, dass sie so viel Geld haben, ne? Aber man muss sagen, also das ist ja schon ein Riesen-Verein auf Baselball und so weiter. Trotzdem irgendwie, ne? Ich meine, da steckt ja auch kein Milliardär dahinter, hinter Bayern, ne? Da ist ja, äh, wirklich, äh, ein Verein, der anscheinend so viel Geld hat. Boah, der war knapp. Der war richtig knapp. Ja, nur durch Einnahmen. Ja, und ich meine, äh, gibt die Tele, kommen den Bayern so viel Geld oder, oder, wie ist das? Gott, eigentlich nicht, ey. ich meine, äh, hallo, wir kaufen da Internet bei dir und, was macht die mit dem Geld? Gib den den FC Bayern. Das finde ich ja mal, ähm, ja, nicht so offensichtlich. Finde ich total doof. Sollten sie lieber eine neue Glasfaserleitung hier hinbauen oder so, damit wir besseres Internet haben. Bringt mir mehr an, statt dass der FC Bayern Meister wird. Das bringt mir ja nichts. Nee, das stimmt. Bringt mir das, wenn Bayern hier Champions League gewinnt und, äh, alles hier gewinnt, bringt mir nichts. Du musst das richtig machen. Du musst von, denen hättest, von denen, äh, Aktienkaufs, als Telekom-Sponsor wurde und, und die kommt gut. Die kommt gut. glattwaden. Oh, das ist abgelaufen. Ah ja, der kann nicht zu kopfen. Aktien kaufen von, äh, Bayern, dann steigen halt. Von dem Geld, was du gewinnst, kannst du dir selber Glasfaserkabel kaufen. macht sich ja gut. aber ob ich die Genehmigung kriege, dass ich die, ähm, hier legen darf, das ist eine andere Sache, ne? Ja, das muss ich jetzt absolut nicht machen. Oh, da wollte ich jetzt einfach mal so spontan drauf schießen. Das ist ja mein gut begehrtes Handspiel, wird natürlich immer rauses Anleihen. Ja, ist natürlich schade, es war mein vorigen Netzplay immer an, da gab es viele Situationen durch, Elfmeter und so weiter, aber jetzt leider nicht. Mit komplett frei, aber diesmal, was macht der denn da? Das ist der extrem verteidige, wenn ich weiß. Abseits. Was, ab? So das denn? Abseits. Ja. Wovor man sich trinken, was ist ja die Steuernterziehung von Messi in seinem Vater. Ja, ne? Na. Davon habe ich aber eigentlich nichts mitbekommen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das hat mal gut, mal geworden, aber gut. Ich habe auch noch gar nicht mitgekriegt, was die, äh... Boah, wo schießt der denn hin, äh? Was sie wollte, die Pressekonferenz für mich als Schumacher gemacht hat. Heute wollte sich ja der Staatsanwalt über den Unfallergang melden. Oh, was wollte der denn sagen? Hab ich nicht so zu lösen. Hast du das nicht mitgekriegt? Ähm, ich weiß nur, dass der außer Lebensgefahr ist, aber sonst, äh... Ja, das... Ach, ganz schön, dass er außer Lebensgefahr ist, sonst war es immer noch zu halb und halb. Halb und halb. Ne, aber heute wollte sich der Staatsanwalt über die Unfallergang, weil er erst dieses Jahr, der wäre mir voll im Karacho dagegen, dann hieß es ja, er hat mit seinem Sohn untergebracht, um nichts ganz zufrieden. Dann war er plötzlich mit einer Gruppe untergebracht, in seinem Sohn. Und dann hat er plötzlich in der Helmkamera gehabt. Dann hat er plötzlich irgendjemand das mitgefilmt, ne, also... Oh. Ja, ja. Und dann hieß es nachher nun ja so 20 kmh oder so mit der draufgehabt. Boah. Er wäre nämlich dann nur zum Drehen oder so, über diese... ohne Piste, also diese Neuschnecke zu fahren. Ich weiß ja nicht, wie viel viel ist beim Skifahren oder wie viel da normal ist. Immer Fahrradfahren aus 20 kmh, also ist ja nicht so. Also man geht jetzt davon aus, dass er wollte über diesen Neuschnee irgendwie wenden oder sowas. Ähm, und ist dabei... Er hat wohl angeblich ja noch einen Materialfehler. Boah, das war ein Torwart, ey. Ja, der ist geschlecht. Boah, ja, Nattentreffer. Da habe ich meinen Nattentreffer. Ja, aber genau wie ich, ich habe dann auch... Ja, mit Okazaki mal wieder. Genau, Materialfehler irgendwie hingefallen, aber unglücklich auf den Stein. Oh, das... Auf den Stein? Wie geht das denn? Ja, das waren ganz gute Steine halt auf diesem Stil. Liegt da nicht Schnee? Ja, oder... Wie? Also ich bin noch nie Ski gefahren, ne, deswegen. Ich auch nicht. Also wenn da Steine liegen, dann weiß ich ja auch nicht. Teilweise unterm Schnee halt, teilweise überm Schnee. Und er ist halt dann nicht wirklich jetzt richtig gegen gefahren mit Absicht und dann erst im Prinzip hat sich den Unfall und ist halt dann bei dem Unfall dagegen geflogen. Oh, ja. Und es wurden dann auch noch berichtet, ob er sich nicht damals bei seinem Motorradunfall, den er hatte, auch weil sich da nicht schon eine Verletzung zugezogen hat. Stehen sie sich wieder selbst im Weg, das ist natürlich gerne. Ja. Aber jetzt, jetzt, jetzt ist es gut. Oh, hallo, ja, ich wollte schon sagen, warum geht der Verteidiger mal nicht da hin? Gucken, ob ich da noch... Jawohl. Oh, ja. Schon wieder mit Abdelauer. Toll. Ich hab grad trotzdem fehlt noch was mit der Helligkeit. Ich hätte um den Spieler zu heizig sein können. Einfach zu heizig sein, was in der Aufnahme sieht, aber der sah richtig gut aus. Ja, das ist zu fein. Aber man mangelt es nicht, will ich mal sagen. Ja. Ey, wann macht der denn, ey? Hupft dem ja einfach den Ball weg und dann nichts... Ich muss ganz bezüglich, klar kommen, muss ich sagen. Ja. Gefällt mir noch nicht so ganz, aber... Ich mein, 4 zu 3 spricht für sich. Komm, ein Torwart, der hält den in den Sturm. Oh, boah. Das war mal wieder mal. Siegertrag. Ist nicht cool. Ja. Ich wusste, ich bin schon lange, aber ich wusste, dass ich so gut ist. Ja, also der Torwart ist, finde ich, in der heutigen Partie, muss ich sagen, gut, ne? Ja, ich könnte sogar Spiegel. Ja, erster Spieler sein. Und Abdelau mit seinen zwei Toren, die natürlich auch ziemlich entscheidend sind. Ja, Abdelau ist ja wirklich gefährlich, auch in der Bundesliga, muss ich das mal sagen. Da ist er auch sehr gefährlich. Und ziemlich abgezogen. Aber auch Ibizovic ist nicht schlecht. Ja, Ibizovic ist auch gut. Gegen 30 ist nicht ganz so einfach. Ja, oh, schon abseits, jetzt, ne, gehen wir mal schnell. Ich hatte, ähm, was auch noch vielleicht interessantes, und zwar vor kurzem, ich glaube, zwei, drei Tage her, kam aus Sport 1, äh, der zweiteil ist Mercedes-Benz U19 unter anderem. Also aus ganzem Körper. Schalke, Dortmund, Stuttgart natürlich als Halbmannschaft. Was hab ich denn jetzt gefoult? Fettner Graz, Istanbul, und so weiter, Basel. Und, ähm, U19, da hat man einige Talente gesehen, was man bei der Bundesliga bestimmt begrüßen wird. Äh, gewonnen hat übrigens, äh, FC Schalke, U19-Mannschaft. Wir reden auch, ähm, mit dem Spieler des Turniers, und dem Torschützenkönig des Turniers, also, der war richtig gut, muss man sagen. Und zweiter ist Fenerbahce Istanbul geworden. Oh. Die auch in der gleichen Gruppe kamen wie Schalke. Die waren da Gruppenzweiter. Das heißt, die sind sogar zweieinander da, krassig. Und Manchester United ist im Halbplan gegen Schalke rausgefunden. Oh, und da, wenn man bedenkt, die Champions League damals, ne? Ja, aber man darf jetzt nicht denken, die richtige Mensch ist da. Also, wir gehen jetzt hier für U19. Oh, Müller ist verletzt. Freistoß? Ich hab gar nichts gemacht. Aber Müller ist verletzt, äh, seh ich nur so grad weiß, mit dem Schießen. Oh, das ist natürlich ärgerlich, man ist keine Wechseln. Äh, ne, hab ich auch nicht. Richtig, richtig gute Freistoßposition. Ja, ich kann die so aus Torzig, die eigentlich nicht so... Weil ich kann das nicht. Ähm, hallo, mach... Warum kriegt da einer Gelb? Ja, ich hab die Moor vorgerücken lassen. Kennst den Trick nicht? Ähm, ne, kenn den nicht. Hä, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich, äh, kenn mich mit Freistoß nicht aus. Hallo? Mann! Mann! Ich mach den eigentlich immer so mit Pass und so, ähm, aber... Ah, schade, ich verabfüff! Jawohl! Da bin ich das erste Spiel in den Tanz gebracht. Ja, da hast du wohl gewonnen. Ja, ist jetzt ein bisschen unrealistisch, aber... Ja, wir haben natürlich schon ein paar Punktaufgaben und so weiter gemacht, deswegen, äh, da wo wir schon 14 in der Freundschaftsbase, sag ich mal so sind, äh, wird das immer so als Liga gewertet. Wenn man, äh, acht Punkte hat, dann gewinnt man einen Titel und ich hab jetzt, glaub ich, mit, äh, ein, zwei Portfolio Titel dann bekommen. Uh, ein Titel? Was, was bringt dieser Titel? Ja. Ich fand, was ist das Spiel? Das haben wir im Spiel. Und ich, egal wer gewinnt hat. Mhm. Und das ist natürlich... Ja. Gucken wir uns mal an, die haben gar keine Statistik, natürlich ärgerlich. Ja. Ja, dann beenden wir mal hier die, äh, Aufnahme, würde ich sagen. Genau. Und dann sehen wir uns halt im nächsten Bundesligaspiel oder ein anderes Fußballspiel wieder, wenn es wieder heißt, wir spielen gegeneinander. Genau. Und wenn es... Ah, hier, guck mal, hier, Statistik. Ja, geht doch. Ach so, ja. Ja, genau. Tore 4-3 ist klar, Schüsse hast du 19 zu 13, also sogar mehr. Aufs Tor hast du ganze zwölf Schüsse. Weil bis jetzt, würde ich mal sagen, ist auszugelichen. Ja, ab jetzt machst du mal weiter. Ja. Und, äh, Zweikämpfe, da hat er mehr gewonnen. Fouls haben wir beide, ein Foul, gelbe Karte, hat er eine Verletzung. Hab ich zwei Stück, wenn man hier sieht, ne? Oha, hab ich gar nicht mitgekriegt. 90. Und? Müller. Zweimal Müller. Klingt logisch, muss man sagen. Abseits war ich dreimal und er zweimal und die Ecken hatte er drei und ich fünf. Schussgenauigkeit, äh, 53 zu 63 ist beides nicht gerade überragend. Ja. Und Passgenauigkeit bist du mit 84 mal richtig gut dabei und ich bin 76 so im unteren Durchschnitt. Ja. Das sind die, äh, Statistiken und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Genau. Und noch kurz zum Anfügen, wieder übrigens des Tages war Abdelau mit 8,4.